Leute, was geht ab? Spilo ist am Start. Jetzt über die schönen Fastnachtsfeiertage hinter in die Schmutzstadt von meinem Kumpanen Manni gekommen. Was geht ab Manni? Willst du ein bisschen was erzählen? Ja, was geht ab? Ein Spilo, Ami. Alles gut bei euch? Ja, wie ihr euch schon gehört habt, ein Spilo jetzt die nächsten Tage hier bei mir am Start und bei der Crew. Und ja, guck mal, was wir für geile Videos von euch reißen können. Vielleicht können wir euch ja gut unterhalten. Und wie gesagt, Leute, ihr müsst nicht immer so viel direkt disliken, nur weil ein Video schlecht läuft. Wir können ja auch nichts dafür, wenn die Automaten nicht laufen. Ja, das ist halt die Realität. Und genau hier links ist ein neuer Kollege, den hab ich heute kennengelernt. Günni. Ja, war ein richtig korrekter Mann. Gibt's viel zu lachen auf jeden Fall. Viele disliken dein Video. Ja, das ist halt keine Ahnung. Du weißt ganz genau, die Fuck-Off-Community, von wem das da kommt, sind halt immer die gleichen, die da durch den ganzen Hate verstreuen und sowas. Schlacht-Werwulf. Ja, ja, der ist ja Werwulf. Ja, ja. Der jetzt hier... Ja, das sind doch alles Eierlose. Heiopies, weil sie sollen ins Gesicht kommen. Ja, ja, er ist ja clean geworden, er ist ja sauber, er ballert jetzt jeden Tag wieder Automatenvideos hoch. Das ist alles geschwafelt. Egal, darauf gehen wir noch ein anderes Mal ein, Leute. Du weißt auch, wie das ist, wenn man einen im See hat, dann hat man immer die... Ja, 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 ja. Aber ist ja auch egal. Ja, darauf gehen wir nochmal explizit mal anders auf ein. Wir gehen jetzt mal in die Halle und mal jucken, was da so geht. Viel Spaß, Leute. Aber eins muss der Günni noch sagen. Ihr habt's noch nicht verstanden. Ich glaube, jeder von euch muss es wissen. Günni, sag's noch einmal. Lasset euch doch einfach mal gesagt sein, Leute. So sieht's aus, Leute. Lasset euch gesagt sein. Viel Spaß beim Video. Wir wollen schon den Affensschrei rausholen. Ja, das stimmt auch. So wird hier auf den Automaten aufgeladen. Da zocken wir. Da zockt Bruder Mani. Hier hinten habe ich, glaube ich, auch nochmal eine Kiste irgendwo. Die läuft jetzt gerade hier noch zu Ende. Klar macht der Günni jetzt hier den Tausender klar. Ja, klar, warum nicht? Das ist voll. Turbobuchen möglich. Komm, zementier jetzt mal hier was. Ach, guck, eine Line fehlt. Schmutziges Ding. Ich nehme das mal mit, bevor er wieder kaputt geht. Nehmen wir das mal mit, bevor er wieder kaputt geht. Ich nehme den Tausender, wo er wieder zu Ende war. Wir gehen in, bevor er wieder kaputt geht. Wo geht's jetzt hier? 05,5 Keine? Ah, ich mache das mal. Ich habe das mit dem Tausender, wo er Nu in die Gegend. Wir gehen in. Dann, wenn ich hier rauskirte. Dann sollte ich auf jeden Fall mal das Spiel jetzt wechseln und es meint mich wieder, wenn irgendwas kommt, ne Leute? Da wollte ich schon immer mal dabei sein Wo? Bei meiner Roulette Session oder was? Gucken wir mal Schauen wir mal Jawoll Entspannend Heißt du was, noch zwei Mal? Ja, glaub ich auch, der packt jetzt noch mal Ich hab noch reingeholt hier Ich hab noch mal Ich hab noch mal Ich hab noch mal Das ist immer kacke, wenn die Kugel schon scheiße reicht Spiele, 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 Spiele Hehehe Jetzt sind deine Automaten auseinander Ich hab noch mal 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 Und wie er nicht kennt, ey. Ja, was willst du machen, ne? So ist das heute ja für mich. Klar filmt der Manni da hinten wieder mir für seine YouTube-Videos und ich möchte jetzt hier mein Ding, was machen wir denn mal auf? Oh, Entschuldigung, holly molly. Holly molly! Klar, er räumt der Bühne da hinten die Kissen leer und es kracht die ganze Zeit. Komm, du dreckiger Maulkurf. Brauchst du zwei oder brauchst du drei? Ich glaube drei. Ja. 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 Zack, zack, jetzt war die weg. Weg! Klingst irgendwann nicht. Und? Jawoll! Spiele! Unbegrenzte Freispiele. Ich brauche gar nicht drücken, der macht allein, gell? Tja! Direkt man white geklaut. Superstart! Jaaa! 3 Euro! Da wohnt natürlich keiner braucht. Tja! Klar, glaubst du mir wieder in den Wald? Scheiße, kam unten links. Ach! Kein Mensch braucht dich da hinten. Was dachten also? Irgendwas klingelt da hinten beim Brudermanne. Brudermanne! Gibt's doch gar nicht mehr! Nein, Fresse, was ein Scheißspiel! Was stoppen wir denn mal? Ah komm, Ginger Jump! Ich hab das gefeiert. Das ist ein Scheißspiel! Puh! Acht, komm, Philipp! Es ist ein Scheißspiel! Das ist ein Scheißspiel! Das ist ein Scheißspiel! Jetzt hab ich hier so einen Scheißbetrag drauf. Jetzt hab ich hier so einen Treepicci. Ich hab 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 hier so einen Treepicci. Überleg, ich könnte es nicht gesagt sein lassen. Geht da was da hinten beim Gyni? Geht da was beim Gyni? Außer Eierkampf geht da nicht. Ja, keine Anzeichen. Drücken wir noch ein bisschen weiter. Wenn sie überhaupt zu drücken geht. Man weiß ja nie. Da braucht was. Oh, dann hier komm. Jetzt hast du mir abgegrast. Ja, ja, logisch. So wie du es sagen würdest. So merkst du dich. Ich sag der Juni, der drei sagt. Die müssen abdrücken. So schnell wie wir. Ja, aber die Leute. Immer Prozente drücken. Du weißt. Weil irgendwann ist halt Streusalz an. Und dann ist scheiße. Ja, ja. Das tut dann weh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schau hier. Ja, du lässt es dir ja nicht gesagt sein. Ja, du lässt es dir ja nicht gesagt sein. Ja, ja. Ja, ja. Logisch. Alles weg. Triggert nicht mal das Weißkett. Geiles Spiel, wenn der kommt. Ja. Der verlängert auch meistens zu 100%. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt mal den Sport zum. Fünf Cent Zockerei ist vorbei. Das geht schon seit Jahren. Manni! Hol mal deinen Schlüssel aus deiner Kellerspielothek. Ich will mein Geld wieder haben. Hahaha. Hahaha.